Wir müssen den Zora Magdaros schwächen. Gebt alles, wenn ihr auf seinem Rücken seid. Zerstöre die Kerne, um ihn zu schwächen. Oder lasse ein paar von den Stalaktiten auf ihn fallen. Wir haben die Stalaktiten mit Schießpulver präpariert. Benutze deine Schleuder, um sie zu sprengen. Du schaffst das! Sei vorsichtig! Zerstöre die Magma-Kerne, um den Zora Magdaros zu schwächen. Der Erfolg des ganzen Einsatzes hängt davon ab, ob wir es schaffen, das Monster genug zu schwächen. Hey, Partner! Hey, Partner! Schauen wir mal, ob da war was. Ach so. So. Jetzt geht's los, ne? Ich hoffe, das schaffen wir jetzt so, ne? Blank ist auch dabei. Mach nachher ein Gefundes! So. Hoppala! Da sind wir wieder gefallen. Aber wir haben ja Dings-Eis drauf, ne? Mit Wasserattacken. Ich hoffe, das haut hin. Okay. So. Sehr gut. So. Ersten Kern haben wir schon. Materialen sammeln, ne? Irgendetwas passiert mit dem Panzer. Der Magma-Kluss verändert sich. Hm? Ah, okay. Wo gehen wir hin? Okay. Wahrscheinlich hat er einen Plan besser. Wo ist der Kern? Okay. Die Verbindung ist nicht so gut anscheinend. Weil er ein bisschen D-Sink haben. Drauf. Ah ja. Und rennt da. So, ist gut. So, ist gut. So, gefällt mir das. Die Muschung-Ring da. Hoppala. So. Und nochmal. Was sind das für Stöße? Ich hoffe, der Zora Magda aus lädt Energie auf. Macht weiter, bis er nachliegt. Ihr könnt nicht vorlesen, dass er eine Energie freisetzt. So. Ja, ihr hofft, ne? Äh. Ist unser Kollege, wo ist denn der überhaupt gesehen hat? Oh, das ist ein anderer Kehren. Hoppala. Hoppala. Wir haben nur Feuer. Das wird ziemlich eng. Und... Ich glaube, ich warte ein bisschen. Ja. So, und jetzt können wir rein. Und gewingen. So. Drehen. Kreisel, Kreisel, Kreisel. Sehr gut. So, haben wir da irgendetwas materialmäßiges noch liegen? Acht auf das Magma, es verändert sich. Nee. So, Kollege Brandschweig. Wo müssen wir hin? Wenn wir mal Erz fördern, da ein bisschen. Ja, siehst du? Haben wir wieder was, ne? So, wo ist denn unser Kollege? Ah, okay. Das sieht man nicht. Ah, wahrscheinlich hier entlang. Okay, dann macht den anderen Magma Kern. Das ist sehr gut. Oh, es steigt noch wer ein in unsere Quest. Das ist sehr gut. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir das schaffen diesmal. Weil ich habe das einmal schon gespielt. Und leider war ich da alleine. Und das war ziemlich ärgerlich nachher zum Schluss. Ich habe eine Abkürzung, die müssen wir freimachen. Der Helikopter kommt, was? So. Das ist frei. Ah, okay. Der ist hier. So. Hoppala. Ich könnte ein bisschen Hilfe brauchen. Na. Ist das ein Vieh wieder? Ein böses Material. Ich gehe schon, Schweine. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Einpacken schnell, der Ding da, da. Ui, 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 ui. Ihr müsst in der Gigante davonjagd. Der Zora Magdaus ändert seine Position. Er versucht aufzustehen. Haltet euch bereit für den Schock. Lasst euch nicht abschütteln. Ne, ne. So. Der Zora Magdaus fängt an sich aufzubäumen. Muss man da auch auf, oder? So, komm her. Na, so haben wir das nicht vorgestört. Das ist ja ein wildes Vieh, hm? So Verstacheln und alles da oben da. Der ist schon geil gemacht, irgendwie. Oh ja, jetzt haben wir ihn richtig erwischt. Hoppala. Ich probiere es gleich nochmal. Ah, okay. Hat nicht funktioniert. Leider. Hoppala. Okay. Ich muss mir weg. Dringendst. Das wird knapp. Ne, 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 ne. Ganz ruhig, ganz ruhig, Digga. Ganz ruhig. Will nur spielen. Ich will nur spielen. Okay, Schärfe brauche ich auch bald. Hoppala. Eui, 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 eui. Ich sage ja, alleine ist das ziemlich schwer. Wenn man nicht die passende Ausrüstung hat dazu. Oder Slapper. Ah, scheiße. Ah, je. Okay, er hat einen anderen Fokus. Passt, sehr gut. Wir haben uns in einem Megatrank rein. Und dann geht es wieder los. So, wo ist er? Ah, sehr gut. Ein Problem, um das wir uns nicht mehr kümmern müssen. Setz den Einsatz fort. Ah, haben wir irgendwas? Irgendein Drop oder so? Ne. Leider. So, da, da. Sie ist da oben. Da bewegt sich irgendwas. Okay. Äh... Kollege, wo müssen wir hin? Ich sehe gerade gar nichts. Keine Orientierung. Leider habe ich kein Material zum Schwerfen, weil das irgendwo fallig sein soll an der Decke oder so. Keine Ahnung. Äh... Wenn wir hier richtig... Ah, okay, da ist noch was zum Klimpern. So. So, mach mal ein... Ja. So. Knall. Äh... Drank. Ist hier noch was? Ah, hier. Sehr gut. Irgendwas müssen wir noch machen, oder? Kletter mal hoch, ne? Irgendwas fehlt. Hört mich vor. Hm. Ist vielleicht da beim Kehren noch was? Vielleicht liegt hier noch was? Ja, ist hier geschwächt, ne? Per Flug. Links reißen, okay. Hier drüben. Wo? Halte nichts zurück. So, können wir mal schießen. Schön auf den Kopf. Fallen sehe ich keine. Du hast es geschafft. Was? Oh Gott. Verdrückt. Hoppala. Ciao. Uiuiuiuiuiuiui. Sag nach oben. So. Und geben wir. Zertritt ist es viel leichter. Der andere Kollege muss ja auch eine Kanone suchen. So ein großes Vieh, ne? Na, wie schmeckt dir das? So. Da rein, da. In fünf Kugeln rein. Das ist nicht so schlecht, ne? Das kann was. Aber ich glaube, es ist ja physikalisch nicht so richtig möglich, ne? Da brauchst du eine richtige Menge an Schießpulver, Feuerkräfte, ne? So. Dann wollen wir jetzt gleich weitere. 180 Schaden macht die. Pro Kugel. Nichts schlecht. Ah, keine Kugel mehr. Verdammt. Äh, ballistische. Daraus ist noch lange nicht schwach genug. Ja, ja. Schauen wir mal. Die Pfeile spielt die ja gar nicht normal, oder? So. Nachladen. Äh. Äh. Müssen sie einen Schwachpunkt? Das möchte ich kein bisschen. Müssen wir da rauf, weil du wirst auf das Vieh. Ich hab keine Ahnung. Komm schon. So, der hat schon vorgeladen. Sehr gut. Einparken. Komm schon. Schnelles wegstecken. Und gewinnen. Alles, was du hast. Hm. Aber was sind die anderen? Blödes Vieh auch. Ei, 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 ei. So. Schnell ne Kugel holen. Ei, ei, ei. Vielleicht wird's ja was. So. Gewinnen. Komm, 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 komm. Das muss schneller gehen. Ei, ei, ei. Und den da geschafft haben. Vielleicht. Hoffentlich. Ja, ja. Wir sind bei der Arbeit. Ich muss immer beladen. Alles. Wo ist denn der jetzt hingesprungen? Okay. 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 Der ist unten. Okay. So. Eine Kugel fehlt noch. Ich hab nix. So. Jawohl. Hier ist mein Drachen-Swert. Allein wenn du es bist. Gut. Feuer! Boom. Ke-boom. Ei, 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 ei. Sehr nice. Das ist ja nicht der Start da im kalten Wasser. Wir haben's geschafft! Geil. Juhu! Es ist vorbei. Ja. Ich glaub nicht. Ja. 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 Großvater? So. Are you ready for your trip? Yeah! Yes! Hm. 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 Da haben wir schöne Materialien bekommen. Okay, alles nehmen. Tod erzeugt Leben. Eine neue Verbesserungsstufe? Oh. So. Bestätigen. Hey, wo bist du? So. Haben wir den Magma geschafft, ne? Techniker, was will denn? Nix. Wenn wir die Sachen abgeben. Und die Kugeln abholen. So. So. Beutezüge. Flora haben wir rein. Äh, fangen? Weiß nicht. Jetzt ist er meins. Förderplätze. Noch mal Flora. Mag ich es fangen? Hm. Okay. Ratterlos haben wir schon zwei gejagt. Komisch. Ja. Drachen Ältester töten. Ja. So. Lieferung. Gibt es da was Neues? Nein. So. Schau mal kurz zu Schmiede. Äh, Schmiede hier. So. Verbessern. Okay. Da kann man jetzt wieder Vorgast geben. Okay. Schau mal. Neue Stufe. Hm. Schmieden. Rüstung. Diabolo. Ne. Katalos. Wählen noch was suchen, ne. Da ist meine. Aber neue. Okay. Da, da, da. Diabolo. Die schaut teuer aus. Nja. Schau mal Verbesserung. Aber was ist jetzt neu dazukommen? Nicht wirklich was für Waffe, ne. Nur. Okay. So. Die hat ne neue Quest. Äh, Information. Ich hab neue Ware reinbekommen. Hm. Schau mal Morph-Axt. Ne. Rüstung kaufen. Ne, die brauchen wir auch nicht. Bringt sie voll nichts. Bringt sie voll nichts. Tränke brauchen wir. Megatrank. So. Herstoffe. Müssen wir auch welche herstellen? Hm, ja. Naja, ich würd sagen, reden wir nochmal mit der Wild-Expertin. Jo. Was ist denn da? Hellas. Aber was für ein Leben. Keine dringenden Untersuchungen. Keine gigantischen Gefahren. An der Ruhe könnte ich mich gewöhnen. Oh, ja. Obwohl du eine Sache auf mir lastest. Auf mir lastest. Erinnerst du dich an der... Ah, an den Bericht? Über das Mitglied der vierten? Ah, das beim Untersuchen verdächtiger Spuren verletzt wurde? Nein, nein. Interessiert mich jetzt nicht. Bucke, Bucke. Oh weh. Müssen wir den Bucke wieder... Ja. Mhm. Okay. Wildögnis. Machen wir das nochmal? Ah. Ich kann mal was essen, ne? So. Gip her. Tschak. Danke. Wildögnis. Ja, Wildtumögnis. Okay. Wildtumögnis. Schauen wir mal. Ja. Ja, meinst du sie? Ja. Ja, sicher. Hm, Fische. Ein bisschen Fischen noch. Zack. die kleinen fische rausholen na komm schon die beißen ja richtig gut auch schon gute sushi kam reingeworfen schon ran gebissen und das ist ja super ja den dicken da hinten den holen wir auch so weiteres leer gefischt das ist richtig gierig war vorab ab dem falschen körper na komm hopp hopp ein bisschen locken haben müssen was denn äh was ist mit denen der schnellen dahinten hat er entklopst so holen wir den mal raus dann können wir köder wechseln den auch nicht so richtig ne aber so geben wir mal unser glück mit den köder auch na komm schon den mag er nicht den 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 denen der der den Gießpulverfisch gehörte, okay. So, hau rück. Na? Der ignoriert den aus, sehr gekauft, ne? Was denn? Hör auf. Ne? Noch? Macht wirklich nicht. Butler. Na egal. Wir müssen hier raus, ne? Anscheinend. So, irgendwas müssen wir jetzt suchen und so, wenn ihr nicht aufpasst jetzt wieder. Hm. Ah ja. Da sind gute Ärzte unterwegs, ne? Mein Name hier? Ah, okay. Um zu Kollegen. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Ja. Ich weiß nicht nur genau, was wir jetzt da machen müssen. Hm. Da sind Dinger. Gekritzel. Spuchsspuren. Hm. Da ist die Höhle. Da würde ich nicht rein noch. Da. 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 sind die roten auch hier schon sehr gut machen schade geht nicht leuchtfeuer fußspuren davon in diavolo ziemlich viel dings ärzte sind jetzt hier die früge hat so aufgefallen ich mag den jetzt nicht machen will nur forschen hat er mich jetzt entdeckt oder nova kristall bekommen sehr nice viel zum abbauen hier aber viel arbeit Kollege Braunschweig ist da vorne macht er macht kein blödsinn ich bin gar nicht da ist der besucher da von wehen oder warum ist das so krankig fußspuren auf irgendwen ist er sauer und nicht auf mich er schaut sehr gefährlich aus für mich du siehst mich nicht du siehst mich nicht ok er hat mich gesehen glaube ich heisst abhauen wird das noch mit ne so so oieieiei ne 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 keine zeit Lass uns in Ruhe, na, 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 nein. Ich will doch noch sammeln. So. Na ja, richtig aggro heute drauf, ne? Unser kleiner Freund. Na ja, Gott sei Dank. Ja, mickisch, das war knapp, ne? Knochen. Flora Fauna. Brauchen wir auch noch, ne? Irgendeine Kristalle. Schwierig. Netze brauchen wir noch. Ja, ich erschlage es mit dem Netz, ne? Da, zack. Leck mich doch. Brauchen wir noch Ameisen? Ich weiß gar nicht. Irgendeine Quest hat man, äh, Ameisen gebraucht. Hm. Jetzt nimmt's schon wieder so viel auf, ne? Schon wieder 37 Minuten gerade. 38. Naja. Ein bisschen, bitte überlänger, ne? Sind wir schon gewohnt, ne? So. Ui. Ui. So. Die Höhle, kommt da rein? Nein, leider. Ah, Kristalle. Sind gar nicht markiert auf der Karte, ne? Kommt mir vor. Mal gleich gucken. Ne. Das ist ein Special-Ding wahrscheinlich. Ui. Okay. Die tun uns nichts. Müssen wir aufpassen, bevor unser Kollege kommt. Okay, muss ich sagen, hier, ne? Der Bucher, Bucher. Bucher, Bucher, Bucher. Bucher, Bucher, Bucher. Bucher, 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 ne? Hm. Dann ruhig aus hier, ne? Kristalle vor uns, okay. Hier noch etwas. No. Das wird die Diablo-Höhle, oder so. Mal gucken. Hoppala. Immer schon mitnehmen, die Förderplätze. Guter Loot. Hier wieder. Ja, ich glaube hier. Jetzt wieder. All in, all in, all in. All in, all in. Nein, 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 nein. Alles gut. Kein Stress. Ich bin mir noch nicht sicher, was wir hier suchen müssen, oder was untersuchen. Geht das irgendwo? In einer Quest? Tagebuch, oder so? Das ist immer so mein Schatten, ne? Da. Suchen. Na, schlaues Buch. Ausrüstung. Quest-Info. Haben wir keine. Ich weiß es nicht. Hm. Da steht ja nur, äh, 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 dass man hier untersuchen soll, ne? Das ist ja unsere Quest eigentlich, ne? Das ist ja die Quest. Untersuche die, äh, äh, Wildturm-Ödnis, ne? Da sind wir, ne? Was müssen wir uns fokussi-sieren? Ich sag mal, schauen wir mal durch, da. Weiß ja nicht. Fußspuren. Okay, Buchheit brauchen wir noch. Und eine... Die da brauchen wir. Fokussieren wir uns mal auf die? Die kleinen Miezen. Fußspuren. Nee, komm, lasst mich. Das ist ja uninteressant. Das ist ja nichts. Da. Schauen. Vielleicht finden wir die Kristalle. So. Dort hinten sollten wir... ...wollten wir sie finden. Okay. Da ist eine kleine Höhle. Gut. Hm. Schmeckt gut. Okay. Uiuiuiui. Wo sind wir hier? Vielleicht sind wir hier auf dem richtigen Weg, ne? Ich glaub, hier war ich noch nicht. Okay. Knochen, hoffen, los. Hallo, hallo. Hier. Hm, Fußspuren. Hochwertige Knochen. Sehr gut. Können wir immer schön brauchen, ne? Für man trinkt Dings. Rüstung und so. Großes Gekritzl. Dürfte ein neues... ...Dierchen sein. So. Geht's hier entlang. Okay. Wollen wir noch nicht entlang. Hier? Na, hier sind sie. Die Katze. Also. Und dann? Ja, aber... ... ... ... ... ... ... ein neuer kritischer heute zug ist verfügbar okay drei von seinen kollegen sollten wir finden auf der karte das ist für uns Götter, Käfer, okay Chronik so dieser Ort wird sicher, beeignet sich perfekt, um ein Lager aufzuschlagen ja, dann mach mal ein Lager hier geht's hier entlang Ok, die diavolo kristalle wie hier unser kollege krantik wir sind sowieso jetzt gucken wo diese leute sich versteckt haben hier ist schon mal einer ok da afrits zack tschüss diablo kätzchen markieren kristalle 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 da vorne ist unser ziel da haben wir dann fliehen haben wir gefunden beide ist gleich an sind es kätzchen nummer zwei müsste ja auch irgendwo sein ok so ist besser der filter glaube ich ok hier was oberne ebene ja da immer noch einen dritten holen da bin ich gespannt wenn er jetzt kommt kristalle na servus mal nur einen holen oder wie soll ich das verstehen gleich mit ok 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 Gehen wir halt dorthin, ne? Mal das erste Kettchen rüber, ne? Nein, das funktioniert nicht so, wie wir gesagt haben, dass wir gleich alle drei zusammen können. Aber jetzt doch und ich weiß nicht wie. Ah ja. Okay. Das ist eine Radtierenfährte. Moment mal, was? Das kann nicht sein. Irgendwas stimmt nicht. Okay. Was? Tierenfährte, okay. Huch, sieh dir mal diese Fährte an. Bucke, Bucke. Hast du noch eine Fährte? Was für Gebiet sind wir hier? Okay, gut zu wissen. Schnell, schnell. Nein, nein, nein. Ah, Diablo, auch mit, wie du. Gekämpft, oder so? Machen sie immer gerne, ne? Die Planer. Ah, bitte. Hopp, 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 hopp. Und rein. Die Betthülle. Die Betthülle, Knochen. Super. Die Betthülle, aufgefüllt, ne? Praktisch. Ja, miram, 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 miram. Ja, miram, miram, miram. So, dann durch. Ja, Wurzelbam machen und dann mit den Typen reden, ne? Hallo? So, so. Keine Ahnung. Verstehst gerade nicht. Ich habe einen Kollegen gefunden von dir. Hallo? Nein. Nein, egal. Das war's dann für heute und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ay-F服, holmes,iner. Na, ich bin aus dem, was ich berühren. Ich bin aus dem, ist es und ich bin. Ich bin, ich bin aus dem, Alej. Vielen Dank.